Nee, du hast... Also ich mach die Fliege. Äh, nein, machst du nicht. Es sind 20 Gegner, da ist doch was für jeden dabei. Mach du mal die Fliege, ja. Laufen ein paar außen rum, oder nicht? Das ist so schwer zu erkennen den blöden Nebel. Nee, die laufen alle in rum. Die Flieger sind hier. Oh Gott, egal. Ehrlich gesagt, das ziehe ich schon. Ja. Auf das mit dem meisten Leben. Oh, ist aber schön geflogen. Ich sehe mich immer als gelben Pfeil, das ist total irritierend. Gelb sieht man also viel besser als blau und grün. Ich bin der grüne Pfeil, ne? Du bist der grüne Pfeil, ja. Der ist unglaublich unerkennbar hier. Wir haben einen Schwebeboss. In der 9. Runde schon. In der 10. Runde fangen wir gleich. Äh, Problem ist, wir können uns nicht um den Schwebeboss alleine kümmern, weil wir vier Rhinos und ein Dingskerl haben. Hm. Noch legger aus? Ja, eigentlich, warum nicht? Hm. Ich würde sowas sagen wie noch ein Raketenturm, aber irgendwie mag den ja keiner außer mir. Könnt man eigentlich hierhin steuern. Egal aus, oder? Mhm. Da kriegt's von der Amp noch was mit. Und es ist ziemlich okay, Range. Ist halt die Frage, ob ne neue Gauss mit mehr Sinn macht, als die jetzt hier zu überladen. Äh, ja, aus dem siebten Grund, weil du dort zu viele Schüsse hast. Mhm, will ich auch sagen. Kriegen wir, glaub ich, Kremide noch voll? Ach, das sind... Ach, das sind... Ja, aber es ist trotzdem. Es ist besser als nichts. Trotzdem an der Halbschütze, es ist immer noch mehr. Wollen wir was anderes upgraden, oder die Gauss? Haben wir noch was anderes, was nicht ganz voll ist? ACP? Jo. Ja, mach. Und ACP ist gleich besser. ACP ist unglaublich laut. Ja... Wir sind normalerweise in der Nähe, mein ich. Obwohl bist du da nah dran. Ja. Den Rest kann man noch in die Gauss packen, die hintere. Oder zu dir, weil du einfach vor dem Weg stehst. Ja. Aiming wird's. Perfekt! Der Boss ist wieder von hinten attackierbar, ne? Äh, ja. Ich mach den kleinen Kram. Gut, dann geh ich zum Boss. Dann gehen wir zum Boss. Mhm. Ich mein, ich find den Standpunkt, wo ich hab, den Standpunkt, wo ich hab, voll gut eigentlich hier oben, aber... Oh Mann, wie viel Leben hat der Kern eigentlich? 2500 etwa. Okay. Ja, 2500. Hm. Aber exakt 2500. Ja. Es wird knapp, also... Wie bist du da hochgekommen? Äh, das ist leicht. Double Jump. Du gehst... Äh... Ja. Einmal hier. Eins, zwei. Ah. Oh. Double Jump. Und dann von da eben hin hier mit Doppelsprung hier hoch. Was glaubst du, warum ich nur kein Charakter spielen kann? Der Doppelsprung ist einfach, ähm... Ja, ich stell mich hier hoch. Passt du? Ja, das wird locker reichen. Ein Burs ist umschieden. Der kriegt von vorne keinen Schaden. Halala, ich schieß trotzdem drauf. Ich hab eigentlich Muni. Ich hab eigentlich Muni. Was ist das Spucken hier, Mann? Nein... Ich hab' einen Schaden. Ja, dann... Guck'n mich an. Wann? Nee, nee, jetzt nicht mehr! Ich schieß ja grad von hinten auf die. Ja, komm'n mich an! Das ist sehr klar. Ja... Ich bin kind'n mich an. Äh... Wo geht's mir gleich hin? Wobei wir haben die ganzen... ...kann ich nicht mehr, ja? Die ganzen Bomben drängen uns gegen Schwebehalt nichts. An dem... an dem bisschen ist eben gerade ein bisschen dran. Der wird ja auf jedes Mal aus Meierweh, ähm... ...gestand, also... Und dich, wenn wir alle drauf halten? Das ist immer noch gut, glaub ich. Ähm... Ist doch egal, wir haben... Komm schon, komm schon, komm schon, wir haben ihn ja fast. Boah, das war jetzt aber... 130 hat man noch. So, und jetzt haben wir 15 neue Viecher. Ne, ne, das sind... Ne, das sind die ganz kleinen, schnellen Fliegeläufer. Und ein Kolossus, wir sind am Arsch. Okay. Darf ich heulen? Nein. Warum nicht? Ich überleg grad. Kolossus ist ja eigentlich auch nur Explosionsschaden, anfällig. Ja. Was ist, wenn wir jetzt einfach die ganzen Nicht-Explosionssachen... ...oder einfach unsere Sachen so aufbauen, dass wir einfach hier wirklich... ...fast ausschließlich uns auf Explosionen konzentrieren? ... ... ... ... ... Ich glaube, wir können uns als schöne Ziel-Targets verdoppeln anbieten. Ich glaube wirklich, dass wir die Gatling jetzt ganz rausnehmen. Dann haben wir wieder ein paar Punkte frei. Die Gatling, obwohl die hat das jetzt nicht gut Schaden gemacht, aber... Ach, die ganzen Mini-Fiecher! Wir müssten das schaffen, ich will das nicht noch mal machen müssen. Ach, wieso gibt's kein Safepoint? Quick-Safe! Ich glaube, der würde uns sowieso nichts bringen, so kaputt wie der KM-Untern ist. Ja, und wir müssen wirklich sehr viel darüber experimentieren und dann wirklich... ... vollkommen neue Aufbau und die Meta. Trial and Error, ja klar. Mhm. Ansonsten hier noch einen Slow-Ein packen wir vielleicht ganz gut. Bei den schnellen Viechern bringen die Slow-Einix. Die rennen straight zum Kern und wollen dem nur Schaden. Aber dafür müssen wir sagen, dafür ist der Raketentrum, der da schon steht, eigentlich fast gut. Passt aber nur. Nö, der ist ja schon gut. Ich überlege gerade, ob ich versuche, mich erstmal um die kleinen Viecher zu kümmern. Während Simon versucht den Kalostus abzulenken und dann Markus und ich auf die Böckler gehen. Das heißt, du musst jetzt als menschlicher Fleisch halt alles geben, was du hast? Boah. Dann... Ich hab ja vom Meister gelernt. Eben. Ich hab noch Punkte auf dem Turm. Ich hab noch Punkte wenigstens. Jetzt nicht mehr. Ach komm. Soll ich das jetzt reinstecken? Keine Ahnung. In Simon. Hm. Ich glaub ich möcht noch ein Streulaser. Nicht noch ein Megavis? Die bringt uns nicht viel gegen den ganzen Kleinkram. Ja, das stimmt schon. Ich mach das nur Scherze. Mit der Streu hat er dann in der letzten Runde Schaden gemacht. 15k, das ist eigentlich ein stattlicher Wert. Aber gegen Kleinkram ist so ein Blitz-Ding oder ACP irgendwie besser. Ja gut, aber ACP hier nochmal einzupowern, das... Erstens macht das, glaub ich, gar nicht die Range und zweitens ist es laut. Wie oftmals erwähnt wurde. Hier ist halt nicht mehr geboostet. Ich mein, gut, können wir auch so. Mach ich's hier, ne? Geht's auf jeden Fall. Ein größeres Problem ist eher, dass ich bezweifle, dass wir diese Welle überhaupt schaffen würden, wenn der Campfall es leben hätte. Na komm, hau rein. Ja ja, ich lass mich kurz mal kurz herumschauen. Dann werde ich in der Zeit aber Cognac schauen. Oh man. Ich hoffe einfach mal, bis ich die kleinen Renner lang genug überlebe. Die kleinen Renner, die machen dir keinen Schaden. Die rennen direkt zum Kern, das hab ich mehrfach erwähnt. Die ignorieren dich vollends. Okay. War ich zwar anders in Erinnerung, aber okay, wenn du das sagst. Ja, die ganz kleinen, das sind die ganz kleinen, unglaublich schnellen Viecher. Ne, Sprinter. Ja. Ja. Deswegen, um die will ich mich möglichst kümmern. Wenn die alle in einer Reihe laufen, kann ich denen hinterherrennen. Dann kann ich mit dem Plasma recht gut Schaden machen. Dann hoffe ich, dass die Gatling den Rest erledigt. In der Zeit vertrauen wir beide auf Markus, dass der die Wackler möglichst kaputt kriegt. Also alles schaffe ich nicht, das kann ich euch jetzt schon sagen. Ja, dein bestes Gibst. Dann versuche ich nämlich... Den Rest machen die Minen. Eben. Nachdem ich... Die Minen sollten wir möglichst am Leben lösen. Für den Kerl. Nachdem ich nämlich die kleinen Viecher möglichst kaputt gekriegt hab, versuche ich dir dann zu helfen. Okay. Damit wir dann möglichst schnell sie ihm an helfen können. Puh. Adrenalin. Spannung. Adrenalin, das ist wohl eher... Keine Ahnung. Resignation. Wir müssen das schaffen. Ja. Wir werden's schaffen. I'm ready. Bereit? Nein. Okay, also ich soll den kleinen Kram einfach durchlaufen lassen, oder? Ja. Okay. Ja, wenn du sonst nichts zu tun hast, sollst du natürlich draufschießt. Das ist klar, oder? Ich muss halt mitlaufen, ne? Jetzt ist er da. Wieso kommen hier Wackelköpfe raus? Hä? Das ist komisch. Hä, hä, hä. Der Glossus rennt an den anderen Eingang. Oh mein Gott. Okay, die kleinen Viecher regeln sich selbst. So, kein Schaden, kein Schaden. Wunderbar. Alter. Diese scheiß Wackelkopf. Ach. Bin an einem dran. Ich weiß, ich sollte eigentlich nicht auf den Wackelkopf gehen. Schöner Kacke. Nebenbei. Oh, Kackelkopf. Karek. Und noch zwei. Oh. Und jetzt isch einer down. Und du sollst nicht angreifen, verdammt. Ach so, die sind Teufel, okay. Ich treffe ihn einfach nicht mehr. Ja, ich auch nicht. Okay, okay. Auf zum Boss. Da kommt der zweite. Was, da kommt noch einer? Wo? Ihr könnt da noch weiter machen. Ich komme recht gut da. Weil der mit gestumpt wird. Ich treffe den. Wie geht das denn? Ja! Was? Okay, das ist alles frei. Vorsicht, er explodiert. Wir schaffen das. Sieht gut aus, ja. Sieht gut aus. Wir müssen halt nur von dem Turm weghalten mit dem Strahlen. Ja. Ach, der hat immer noch auf mich. Okay. Kein Problem mit. So, ich glaube, das könnte knapp werden. Oh, alles in Butter. Ja, ja, locker. Geil. Wundervoll. 380, oder was hatten wir noch da? Ja, 380, oder was ist das? Einige. Boah, so wenig XP. Eben. Dritte Level, oder so. Eben. Wie, wie, was? Wie wenig Schaden habe ich ausgeteilt? Hm. Komisch. Na ja, Sky halt, ne? Okay, weit im Sakt. Hey, das ist die erste Aufnahme seit langem, wo wir mehr als eine Map schaffen. Oder zumindest mehr als eine Map anfangen. Das Labyrinth. Das klingt vielversprechend, aber wir können jetzt hier, wie es aussieht, mehr Turm platzieren. Das ist schon mal schön. Da kann man wieder schön abgehen. Hm? Du bist ja wirklich mein Netsfit. Ja. Na, Egen, wie immer. Alright then. Na, hier, Stabiler Kern habe ich. Hat eigentlich irgendwer nachgesehen, ob der stackt? Was? Stabiler Kern? Stabiler Kern, ja. Ich habe nicht nachgeschaut, nein. Ne, ich habe nicht nachgeschaut. Okay. Oh, wir haben zwei Kerne. Hm? Und einen Mom-Ausgang. Ich könnte ja eigentlich da nicht so... Oh, ich meine eigentlich einen Kern können wir mindestens abschirmen. So wie ich das sehe. Das ist ja eine Theorie. Die Frage ist jetzt welche und durch was kriegen wir den letzten Weg? Ähm, ich würde fast sagen den rechten abschirmen. Ja, ich mache mal kurz die große Map und dann, ähm, kalkuliere ich mal so ein bisschen, okay? Ja, momentan. Ja, genau. So, wenn man hier abschließt, da lang laufen lässt, dann da lang... Ich glaube, ich habe einen guten Weg. Sieht aber schön aus, die Map. Ja, das ist hübsch. Also, ich meine, die Karte an sich auch sogar schon. Weil, kann ich mal kurz meine Gedanken ähm, einfach angeben? Ja, ja. Einfach, ihr habt doch die Map ausgerüstet, oder? Mhm. So, also, vom Startpunkt nach oben gleich mal abdichten. Aber die Türme habe ich nicht, okay. Ne, dass die dann eben nach rechts rauslaufen, dann hoch müssen, sag ich mal so. Mhm. Mhm. Dann die Kurve gehen, dann nicht zum Kehren können, dann wieder zurück, dann ein Stück nach links und dann ganz runter, bis zu dem großen Fleck, wo man noch kaputt machen kann. Warte kurz, also, das ist die Route, die ich gerade laufe. Oder wie? Na ja, auf der Minimap läufst du keine Route, auf der Minimap stehst du für mich. Hä? Jetzt bewegt sich auf der Minimap. Nochmal kurz von vorne, bitte. Weil, bis dahin wurdest du mir nicht angezeigt. Okay, wahrscheinlich fahre ich die große Karte draußen nach dass irgendeinem Grund. Das sollte eigentlich nicht passieren. So, also, jetzt umdrehen. Hier geht's raus. Ne, da solltest du eben nicht rausgehen. Zurück. Genau da raus. Autsch. Dann jetzt da hoch. Ja. Ne, das finde ich nicht gut, weil dann nutzen wir das dann nicht. Ja, da geht's gleich hin, denke ich mal. Da geht's ja jetzt hin. Ne, können wir nicht mehr. Wenn du den Weg gehst, können wir nicht mehr. Doch. So. Dann, ne, jetzt eigentlich linksrum, dachte ich. Linksrum? Ne, linksrum dann geht das nicht. Da hat er echt. Klar geht das. Du kannst, wenn du den Weg gehst, dann kannst du das O hier nicht mehr benutzen. Was ist das denn schönes? Ooooooh. Eine neue Art vermieden. Wie willst du das denn nutzen, bitte? Indem du vom O anfängst. Ich hab ne neue Miene. Ich hab ne neue Miene. Geh mir nicht auf die Nerven. Indem du beim O anfängst, anders können wir's nicht nutzen. Ja, dann bau einfach. Oder, oder. Zeig mir, wie du ne bessere Idee aufbaust, und dann können wir nicht immer noch sagen, das ist scheiße. Okay. War jetzt noch mein erster Gedanke, den du dich mal zu Ende führen hast lassen, bevor du mich irgendwie... Übrigens, wie zeitlich ist das ne neue Mine ist, ich glaub die sind hier einfach nur anders, weil hier alles Organisch ist. Das sieht auf jeden Fall schön aus. So wär auf jeden Fall in meinem Anfang. Versperrt hier 95% Gesichtssfels. Jo. Da muss auch noch eine, da müsstest du hoch. So, komm ich da auch hoch. So. Komm ich auch hoch. Hier oben auf der Pflanze war auch noch eine. Achso. Ich hab die anderen beiden. Okay. Ja. Oh, das ist ein, das ist glaub ich ein guter Weg. Hier liegen noch zwei. Okay, sind das noch die selben, oder sind das jetzt wieder andere? Die selben. Okay. Gut, das heißt wenn wir schon so viel haben, wenn wir so Olaf brauchen. Wirklich? Ich mach mich mal so ein bisschen um, weil ich... jetzt hier so ein bisschen Secret-mäßig bin, ne? Mhm. Das ist ne Tür, aber die ist so alt und grau, die sieht aus, als wäre die echt nicht zu öffnen. Okay. Das ist ein riesiges Gate, das man vielleicht sogar öffnen könnte. Mich stört das echt, dass man die Maps so von halb oben nur sieht, dass man die eigentlich so... Schon hier geht irgendein Weg hoch. Also hier oben ist ne Plattform. Kann von stehen. Ich weiß. So eine Plattform war ich schon mal. Okay. Ich schau mich noch einmal so ein bisschen um, weil so ein bisschen Labyrinth auf jeden Fall, ja? Hier oben lag übrigens noch eine der Minen, also. Okay. Das ist auf jeden Fall sehr gesund aus. Okay, wir haben... Auf jeden Fall... einige... sehr stumme Engstellen. Sehr stumme Engstellen, das heißt die sind schön leise? Stumme Engstellen... Also ich hätte jetzt nen Weg geplant, da wo wir ziemlich viel nicht nutzen. Eigentlich den ganzen hinteren Bereich hier. Dann war mein Weg doch besser. Der hat wenigstens... Guck mal aufgemacht, dass es klappt. Dann nehmen die Türme noch mit und dann planen wir nochmal von vorne. Bezweifle ich, weil du hier hinten nicht rankommst. Nicht durchkommst. Weil sonst die Mobs hier zum Kern rein können. Was? Was? Noch ne Mine. Oder wohl. Ich glaub da steht was im Weg. Naja okay, dann kann man meinen Weg auch wieder gehen. Wie viele Minen die hier bekommen? Überhaupt nicht. Gibt's noch mehr oder wie? Ja. Ich hab grad noch zwei gefunden. Wie? Das sind ja Pölze. Oder was auch immer. Hm? Sie sind unterschiedlich groß. Was auch immer das den Leuten hat. Pölze. Hm. Kraft. Vielleicht. Wirklich, ja. Cool wärs wenn wir jetzt organische Türme hätten. Ah. Ich glaub irgendwie nicht dran, aber ja das wär cool. Irgendwie fehlt mir ein Secret in dem Raum. Irgendwas interessantes fehlt mir hier. Ich weiß, dass die Musik irgendwie interessant ist, aber das hat damit nichts zu tun. Ja.